Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wir sind immer noch am Krieg führen. Ich gegen die Zuckerkahn, Rontos, Oberien, keine Ahnung was noch alles dabei ist da und Mensch und Kelasaan. Alles dabei. Ich habe den zweiten Planetenverlust noch gerade so verhindert am Ende der letzten Folge. Die Angriffsarmee vernichtet, die Bodentruppen eliminiert. Feiern jetzt Celebration. Und ich muss wiederum die ganzen Dinge zurückholen. Zurückgewinnen. Oh shit. Bin ich da reingeflogen? Ich muss wieder einiges zurückgewinnen hier. Was mir der Gegner geklaut hat fieserweise. Genau. Nachdem sich da jetzt so ein neuer Abkömmling empor gehoben hat. Hytean Conferency. Oh, sieht die süß. Aber halt leider wieder uns im Krieg, deswegen müssen sie sterben. Tut uns ja leid, aber ich müsste jetzt sterben. Achso. Komm, 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 lass dich blicken. Achso, ist er neuer. Schade. Hat er mich schon gefloert? Gut, sehr schön. Oh Gott. Oh shit. Das klingt jetzt auch nicht so toll. Nein, da kommt die ganze Kellersahn-Bagage. Ich sagte zurückziehen, ihr Idioten. So wollt sie denn nicht reagieren? Incoming transmission. Situation log updated. Was machen die Kellersahn auf Menschengebiet, hm? Kann man das ja sagen. Ey, wie gut. Was wird deine Schelte kriegen dafür? Ach, egal. Was steht da eigentlich, woher muss ich. Sie entzieht sich gänzlich mein dagegen nicht. Nicht mui. Okay. Gut. So ist ja gut. Okay. Halst? So... Wie schön. Sch werfen Sie sich aber einfach um ein bisschen mit dem? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, sehr gut. Bis wir uns den Kriegsstand halt wiederholen, den wir mühsam aufgebaut haben. Das sollte kein Problem sein, denke ich, oder? Wenn die Kettas auch wieder um die Ecke kommen, ist wieder doof. Warum ist das Schicht hier beschacht? Was ist das Schicht hier? Warum jetzt? Nee, nee. Okay. Okay. Beide atmen mal ganz kurz durch. Also, wiederum auf die Planeten, die wir gerade vorher schon alle besetzt hatten. Macht ja so einen Spaß. Alles zehnmal machen zu müssen. Wie, es kommt wieder irgendein Empor-Kömmling. Nee, nee. Ich will es denn, ich bin vorher aufbeschwören, ne? Aber... Okay. Sehr schön. Und das... Das... Haben wir. Oder? Könnt das jetzt ähnlich uns? Ja. Alle erzählen. Sehr brav. Gut, die Jungs und Mädels. Auf zum nächsten. Debris analysiert. Da kriegen wir sogar noch einen besseren Kriegsstand dadurch, dass jetzt ein neuer Gegner dabei ist. Yay. Na süß. 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 Da nicht. Aufizion immer. Aber wie lange die brauchen, um das runterzupomben... heftig. Hm. 2K fliegt da her. Die 7K fliegt darauf. Hallo, 7K! Ja, darauf vielen Dank. Hallo, ich sag danke. Okay. 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 Das Show beginnt! Das Show muss aufgehen! Enemy Planet Secured! So muss das sein! Incoming Transmission! Ach ja, f*** dich! Nette Versuch! Ja, Kriegserklärung, na klar! Empire of Alkaid! Madasura und Antigoni! Mit Madasura und Antigoni sind die wieder mit dabei! Ernsthaft? Was gibt denn ab? Die gibt's ja immer noch, die Madasura! Möchte man nicht glauben! Der Alkaid! Diese gibt's ja alles gewonnen immer mehr! Wieder drei Kriege gleichzeitig! Mit seinem New Beginning! Mit seinem New Beginning! Der Planet, der New... ...beginning heißt! Hm... Machst du mal kurz auf Pause? Ja! Danke! Was sind denn meine Kriegsziele da? Hm... Ja... 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 Ehrlich gesagt, möchte ich da mal gar nix haben! Da reicht's mal, wenn ich den Krieg... ...beende! Glaub ich... Was ist denn der New Beginning? ...Planetengröße... ...15? Dann hab ich wieder irgendwelche Ficker, die ich nicht mag! Hm... Dann hab ich wieder irgendwelche Völker, von denen ich da nix anfangen kann, die da wieder rebellieren! Na... Na... Ihre Flottenstärke ist erbärmlich, aber schließen sich an im Krieg! Ist jetzt doch lustiger! Wer kann, wer kann! Team Malasura! Eh schon am Arsch, aber nochmal auftrumpfen! Versuchen da! Ähm... Okay... Den Alkoid, den würd ich gern... Machen wir den einfach auf Planeten verlassen... Und... Ihr eventuell auch... Ne... Räuchte Alkoid da drinnen... Wohl warte, wenn er den verlässt... ...dann wird der ja ganz schön klein! Du, wird ja ganz schön klein! Ja, ganz kleiner! So, das ist Erasmus... Irgendwas... Irgendwas... Verlassen! Und... Forderung festlegen! Okay... Geht wieder! Oh, der Mensch möchte... Ehm... Ehm... Frieden? Ja... Das passt! Mit dir rechne ich später weiter ab, Mensch... Glaub ich... Glaub ich... Jetzt sieht der Mensch auch wieder aus wie Mensch! Weißt du? Auf EINMAL... Ja... Das war die ganze Zeit nur Tarnung, ey! Haha... Als Mensch ist ja ganz freundlich... Aber als andere Völker... Wenn die hier an der... Wenn die an der Spitze sind... Dann... Dann sind die immer so... Kriegstreiberisch! Muss auch lustig sein... Dass du eigentlich deine Idee jedes Mal veränderst... Mit jedem Krieg! Boah... Das ist aber fies... Ja... Krieg führen! Ne, doch nicht! Alles cool! Krieg führen! Hm... 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 Ja Mensch... Ich hol mir das ein anderes Mal... Wofür der Player... Ja... Danke... Es ist noch nicht vorbei, Mensch... Ein anderes Mal... Dann mag ich, dass wir diese Schlacht gewonnen haben... Aber die krieg ich auch nichts... Frieden... Ich hätte es gemacht... Ja... Anybody... Ihr wisst?! Hm. Ah, Dex und Marian haben vorhin geschlossen. Ach, wieso wüscht er nicht mit denen den Boden auf? Oh man... Was ist diese kleinen Pimpfe da? Erbärmliche Flottenstärke. Schiff entdeckt. Forschungsschiff entdeckt. Hallo! Incoming Transmission. Friedensangebot. Vergiss es! Nicht mit uns! Ihr nicht! Die anderen schon, aber ihr nicht! Ich bin nicht mit uns. Ja, ich bin nicht mit uns. Wir werden es nicht mit uns. Wir werden es nicht mit uns verliquen. Ich bin nicht mit uns verliquen. Gut, das Unterdrücken hat mal gut geklappt. Der zweite Krieg ist bei 0%, ich weiß nicht, was genau die vorhatten, ob da noch was kommt. Ich warte noch auf das Richtige, auf den Boom. Aber dabei gibt es da gar keinen Boom. Dabei fühle ich mich noch ziemlich verurscht. Dies konnte ich verstehen. Greifen an und dann tun's nix. Na gut, ich schick mal meine Flotte dorthin. Wenn die nix tun, dann tun wir was. Wie geht's bei dir da oben? Ja, es geht. Es geht eigentlich. Uralter Satellit. Biep, 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 kleiner Satellit. Oh Gott, weißt du noch das Lied? Ja, danke für diese schrecklichen Erinnerungen. Gerne. Wissenschaftlerfertigkeit 5 oder höher? What? 5? Okay, krass. 5? Okay. Krass. 4? 5? 7? 7? 10? 10? 10? 10? Doch jeder. Echt moei. Bodenarmee So, jetzt reicht's Habe ich die Schnauze voll? Okay, sehr gut. Der Planet gehört auch wieder uns. Jetzt sind wir wieder auf 20% Kriegstand. Ne? Sieh mal wieder wie damals. Wie vorher. Und da kommt gleich wieder das Friedensangebot. Vergiss es. Anno, atme kurz auf. Ja. Ed-Zeit-Bedrohungskämpfe sind halt doch irgendwie auch anstrengend. Hier. Hier. Wenn ich mich nicht zusammenfinde künkt. Ja, 5-3-3-3-4-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-7-7-8-8-8-8-9-9-6-0-5-6-6-7-8-8-8-8-9-9-9-9-9-0-6-6-6-6-6-6-7-6-7-9-9-9-9-9-9-7-9-9-5-8-8-9-9-9-6-6-7-6-7-6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber ich weiß nicht, wo seine Flotte dahin ist. Ich könnte mich dann da mal aufmachen und alles wieder zurückgewinnen. Hoffentlich. Wenn er mich lässt. Ich vergesse es. Und einmal den Boden an mir bitte zum Mitnehmen da gehen. Ich kann mich nicht mehr aufmachen. Hast du noch Mineralien? Ja. Viele? 20k Kannst du die von 6k trennen? Ja. Wo hat die? Krieg erklären? Nee, was? Was? Ja. Ihr macht das Forschungsabkommen auch mal wieder auf 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Mineralien? 6k waren das, oder? Ja, ja. Jetzt zu viel Information auf einmal. Ich hab grad was gesucht hier. Ein System, aber ich hab's grad noch gefunden. Oh, du bist so putzig. Ja. Die Geräusche. Die Geräusche, ich war grad drin. Geräusch, lieber. Ja. 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 Friedensangebot. Achso, die. Ich dies in Frieden. Okay. Oh gemein, ich will auch ein Friedensangebot. Hostile Fleet Engaged. So. Folgenende? Ist schon vorbei. Aber lass mich da noch kurz durchblicken. Viel zu viel flotten. So. Situation lock updated. Hostile Fleet Engaged. Hostile Fleet Engaged. Hostile Fleet Engaged. Hostile Fleet Engaged. Stand glaube ich habe Hangelbó браться. Stopper! Sciendo zurück! иты ается Incoming transmission. Hostile Fleet Engaged. Hostile Fleet Engaged. turtle tags Athen zu vermeiden. Weil Asura haben wir echt Null her. Die haben mir wirklich nichts entgegenzusetzen. Die scheinen sich wirklich nicht erholen von dieser Endzeitbedrohung. So krass. Denen hat er es ordentlich zugesetzt. Hm? Das ist unser aller Glück. Ja, das stimmt. Einmal Bodenarmee in BD. So, noch zusammen. Enemy Planet secure. Enemy Planet secure. Doch, das höre ich am liebsten. Hm. Ha ha ha. Hostile fleet engaged. Hm? Dann wäre das immer sehr schön geschehen. Mach finally lege. Did du gut das? Und wenn du es bei denen? Wie kann ich den? Du gehst mal an. Ich bin der. Und wie wäre das wichtig? Du gehst mal an. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Was steht es denn so komisch da wie bestellt und nicht abgeholt? Go go! Wie bestellt und nicht abgeholt, ja. Ach ja. Ach, irgendwer beleidigt mich, Rontos. Ist aber nett. Ihr mich auch. Okay. Wir sind eh mitten im Krieg. Beleidigt mich jetzt, einfach mal so zwischendrin. Übrigens, wir hassen euch immer noch. Nur damit ihr es wisst. Incoming transmission. Incoming transmission. Vergiss es, Zukakan. Oh, die haben noch eine 4K-Flotte. Ja, ist das herzig. Ja, kommt sehr zu uns. Hier kommt's spielen. 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 Ja, ist bald wieder so weit, ne. Ja, wahrscheinlich. Als wenn die zufolge kommt, ne. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Wieso nimmt er die denn nicht? Na jetzt. Legt mal wieder. Gött. Postile fleet engaged. Postile fleet engaged. Postile fleet engaged. Construction completed. Postile fleet engaged. Postile fleet engaged. Situation log updated. Postile fleet engaged. Postile fleet. Nein, 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 shit. Fuck. Postile fleet engaged. Postile fleet engaged. Postile fleet engaged. Jetzt kriegen sie aus dem Maul. Oh, die verlieren schön. Oh, die verlieren schön. Madasura. Jetzt dampen. Hmm. Okay. 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 Okay, so driften. Was ist das? Evading hostile fleet. Harbour übrigens. Hostile fleet. Hostile fleet engaged! Ach, Tablet stimmt, das kann ich auch noch nebenbei mitnehmen, wenn ich schon dabei bin. Die vorgesammelte Blutenswahl langsam beenden. Ja, na dann. Jetzt habe ich einigermaßen den Durchblick. Einigermaßen. Ja, na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Flotte wieder. Bei der nächsten Flotte sehen wir uns ganz hin wieder, ja. Bei der nächsten Folge von Stellaris. Ich halte jetzt auch dann wieder ein, wenn es weitergeht. In den unähnlichen Weiten. Boah. Bis dahin nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken und macht's gut. Und ich muss, muss, muss. Sagst du noch Tschüss? Äh, ja, tschüss. Ich dachte, das wäre schon gewesen, aber gut. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal. Das hatte ich jetzt nicht mehr drauf. Na toll, weißt du. Tschüss, damals ist das für fünf Sekunden Pause. Das war's noch bedrückt. Hm. 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 Enemy planet secure.